Zur Wochenmitte müssen Sie am Morgen neben Schal und Handschuhen auch noch die Sonnenbrille einpacken. Es wird sonnig und kalt. Zur Wochenmitte erwarten uns Minusgrade und Sonnenschein. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen minus 4 und 2 Grad. Die Nacht zeigt sich wolkenlos bei Werten um minus 3 Grad. Auch der Donnerstag bringt noch einmal puren Sonnenschein und Werte im Minusbereich. Am Freitag bewegt sich das Thermometer zwischen minus 4 und 5 Grad bei bewölktem Himmel. Der Start ins Wochenende wird regnerisch und mit einer Höchsttemperatur von 7 Grad etwas wärmer.